hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu meinem neuesten video ich möchte euch heute meine neuzugänge aus dem monat mai präsentieren es sind insgesamt 10 stück geworden und für die statistiker unter euch es sind sechs rezensionsexemplare und von den zehn büchern habe ich bereits fünf gelesen und eins davon lese ich gerade ich versuche nämlich alles was neu bei mir ankommt aktuell relativ zeitnah zu lesen mit dem hintergedanken dass ich weniger bücher kaufe sprich wenn ich wirklich ein buch möchte lesen möchte dann kaufe ich es mir aber les ist dann auch direkt bevor es wieder fünf monate auf meinem so landet hat natürlich zur folge dass mein alter so weiter vor sich hin so ja aber ich muss sagen das klappt aktuell relativ gut mein so geht so langsam ein bisschen abwärts also ich glaube ich bin mit 80 büchern ins jahr gestartet und aktuell bin ich so bei 75 aber es sind ja auch super viele dieses jahr schon eingezogen ich habe auch schon ich glaube 70 bücher gelesen glaube ich aber aktuell klappt es sehr sehr gut und klopf auf holz da bin ich sehr stolz drauf und wir machen jetzt weiter mit dem ersten buch das da wäre undercover bridesmaid das perfekte durcheinander das buch habe ich bereits gelesen aber ich werde in dem video nichts zu den büchern und meiner meinung sagen das wird alles im lesemonat folgen das wird vermutlich das nächste video werden ja undercover bridesmaid ist im piba verlag entschieden und hat in der erstauflage diesen wunderhübschen rosigen buchschnitt das war nicht der grund warum ich es gekauft habe sondern weil keine ahnung irgendwie das cover aussah als wäre es romantisch und lustig wisst ihr was ich meine ja ich erzähle euch mal um was es geht und ja nein nicht und nichts weiter wer die perfekte hochzeit will braucht die perfekte brautjungfer hier kommt sophie undercover bridesmaid sophie wird als perfekte rechte hand gebucht sie gibt sich als freundin der braut aus wird aber dafür bezahlt dass der schönste tag im leben reibungslos verläuft ob angesäuselte trauzeugen oder pöbelnde schwiegerväter verschollenes catering oder platzende brautkleid nähte sophie sorgt dafür dass jede hochzeit ein happy end hat davon kann sie selbst allerdings nur träumen denn sie findet einfach nicht den richtigen gut dass ablenkung in sicht ist eine dame aus dem hochadel engagiert sophie als brautjungfer für ihre tochter leider ist kude cordelia eine echte bridesilla und tut alles um die arbeit der bridesmaid zu torpedieren sophie ist kurz davor alles hinzuschmeißen als sie auf cordillias attraktiven bruder trifft sehr sehr lustiges buch anhand des klappentextes mehr dazu dann im lesemonat dann durfte ich im rahmen der drachenwinkel blogger squad des drachenwinkel buchclubs dieses baby hier lesen und habe es auch vom verlag zur verfügung gestellt bekommen vielen dank dafür ja das verratene herz ist der zweite teil der reihe von stefanie hasse wer es nicht gesehen hat ich durfte auch ein interview über insta live mit ihr führen das hat sie auch noch auf ihrem kanal gespeichert nein nicht sie der drachenwinkel so der drachenwinkel hat das ganze noch auf seinem kanal gespeichert den account verlinke ich euch unten in der infobox da könnt ihr euch das anschauen da haben die steffi und ich über eine stunde über ihre und allgemein über bücher gequatscht also wen es interessiert der darf natürlich gerne da auch mal vorbeischauen ja das verratene herz ist der zweite band der reihe ich würde euch jetzt mal schnell den klappentext zu band 1 vorlesen weil der klappentext von band 2 doch schon sehr sehr viel verrät was im ersten band passiert der erste band hieß übrigens der verbotene wunsch und da heißt es einst schufen vier gottheiten das land alania und seine vier völker damit die menschen in frieden gedeihen mögen machten die gottheiten jedem volk ein mächtiges geschenk doch eine tafel die jedem mit blut geschriebenen wunsch erfüllte erwies sich als mächtiger als die anderen götter gaben und weckte neid und krieg unter den völkern bis die kriegerin daria in einem verzweifelten moment einen wunsch notierte der zum fluch wurde seither ist der palast gespalten männer und frauen leben getrennt darunter leidet vor allem kronprinzessin marlena sie will nicht glauben dass alle männer ihr böses wollen nur weil sie eine frau ist ihr sehnlichster wunsch ist es den palast zu einen und dabei ihre frisch entdeckten gefühle für den krieger aries zu erkunden doch ausgerechnet das soll ihr ziehbruder valerian mit allen mitteln verhindern denn nur er kennt den wahren preis für malenas gefühle der das verratene herz schließt dann natürlich direkt an band 1 an und ist auch der finale band der reihe als nächstes ist hier ein selbst publisher buch mal wieder eingezogen mehr als du denkst von maya overbeck ein richtig schön sommerlicher roman für den garten für den strand für den pool ich habe es wie gesagt schon schießen aber ich finde auch das cover schreit einfach nach liebesroman und nach entspannter unterhaltung ja es geht nämlich um marie und um ja ihre ehe ihr leben und ich erzähle ich einfach was im klappendix steht ein hütten wochenende mit der schwiegerfamilie nicht gerade das was ich marie zum geburtstag erträumt hat zumal der kriselnde zustand ihrer ehe mit leo eher nach einem romantischen italien trip schreit dann taucht ein überraschungsgast auf und plötzlich über rollen vergessen geglaubte erinnerungen alles alle anderen gefühle als leo auch noch unerwartet abreisen muss bleibt marie allein zurück mit leos schrulliger familie mit ihrer verwirrung und mit nick der daran nicht ganz unschuldig ist breiten zehn jahre zuvor ausgerechnet an ihrem geburtstag wird marie von ihrem freund verlassen dank der zufalls bekanntschaft mit leo dem begehrtesten typ der uni wird es dennoch ein denkwürdiger abend leo scheint mehr als nur ein bisschen engagiert also gerne lässt marie sich auf die neue freundschaft ein auch wenn sie weniger an leos gestellten bizeps interessiert ist als an seinem besten freund und mitbewohner nick dann ist ein buch hier eingezogen auf das ich mich schon so 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 lange gefreut habe a place to love von lilly lucas wer war wenn ich kennt dass ich die green valley reihe total geliebt habe es eine absolute herzens reihe von mir und so eine wohlfühl reihe die man immer wieder lesen kann und jetzt hat die liebe lilly eine neue reihe auf den markt gebracht mit band 1 a place to love ist der erste teil erschienen ich bin so aufgeregt dass ich nicht mehr reden kann ja es geht nach cherry hill von queen valley nach cherry hill finde ich genauso schön den namen ich weiß nicht irgendwie mag ich den namen total gerne und es geht um juniper und wer ein bisschen aufgepasst hat so heißt auch die protagonisten aus meinem ersten buch und deshalb musste ich das buch auch haben ich bin da ein bisschen monkisch es tut mir leid ich erzähle euch jetzt einfach um was es geht und dann dürft ihr mit strahlen seit dem überraschenden tod ihres vaters vor drei jahren leidet juniper june mccasi mit ihrer mutter und ihren schwestern cherry hill die obstfam der familie die 25 jährige liebt die farm im ländlichen colorado und sie fühlt sich verantwortlich für das familienunternehmen das ihrem vater so viel bedeutet hat und in finanziellen schwierigkeiten steckt deshalb hat sie damals auch ihre große liebe henry unter einem vorwand den laufpass gegeben um seinen zukunftsplänen in wales nicht im weg zu stehen als er jedoch eines tages auf cherry hill auftaucht stürzt er jun in ein absolutes gefühlschaos durch die einziehen wie unerwartet dann haben wir noch ein buch mit buchsschnitt kingdom of the wicked der fürst des zorns ich habe aber nicht die ausgabe mit original erste auflage buchsschnitt des verlags ich habe die bücherbüchse edition ich finde die richtig cool weil halt hier ist diese schlange drauf und die ist auch hier weiter und wird aufgegriffen aber ich glaube ich finde den original buchsschnitt doch noch einen schöner das hier ist jetzt nicht signiert oder so also ich werde das hier auch noch mal verkaufen können wenn ich wollen würde und könnte mir das original mit also das originale buchsschnitt noch kaufen ich bin noch am struggle ich überlege mir das mal noch aber das ist auf jeden fall eine geschichte oder ein buch das überall auf bookstagram momentan viral geht und ich kenne so viele leute die es gelesen und geliebt haben daher musste ich es auch direkt lesen aber meine meinung gibt es dann dazu im lesen monat meine meinung dazu gibt zwei schwestern ein brutaler mord ein rache plan der die hölle selbst entfesseln wird und eine berauschende liebesgeschichte als die junge hexe emilia ihre zwillingsschwester vitoria ermordet vorfindet bricht für sie eine welt zusammen zutiefst schockiert will sie rache üben koste es was es wolle selbst wenn sie dafür verbotene dunkle magie einsetzen muss die sie in die gefahr bringt von hexenjägern enttarnt zu werden auf ihrer suche nach dem mörder trifft emilia auf wird einen der sieben dämonischen hellenfürsten vor denen sie von klein auf gewarnt wurde wird behauptet auf emilias seite zu stehen doch kann man einem leibhaftigen höllenfürsten trauen selbst wenn er noch so gut aussieht das nächste buch habe ich euch im what i read next video schon gezeigt still missing you von valentina fast der erste new adult roman der autorin vorher gab es immer nur fantasy von ihr also die menge ist gespannt ob sie auch new adult schreiben kann ich persönlich habe noch kein buch von ihr gelesen daher kann ich es nicht vergleichen aber ich habe das buch bei lovely books gewonnen und bin auch sehr gespannt ich werde es definitiv diesen monat lesen es hat ja bei meiner bei meinem sub voting nicht gewonnen das heißt ich müsste es nicht im juni lesen aber ich möchte es im juni lesen so beerdet ihrer großmutter kehrt hazel wieder in die kleinstadt zurück aus der sie vor jahren geflohen ist denn niemand sollte je erfahren wie sehr hazel ihren pflegebruder derrick geliebt hat und dass er ihr herz brach ohne es zu wissen da hilft es nicht gerade dass ihr und ihrem pflegegeschwistern bei der testamentseröffnung verkündet wird dass sie eine alte villa der großmutter erben einzige bedingung sie müssen die villa zu einem hotel umbauen alle vier gemeinsam ich habe schon wieder um bauen umbauen ja still missing you durfte auch hier einziehen das nächste buch gab es vom bloggerportal nights ein gnadenloses schicksal und da lese ich auch gerade den ersten band damit ich danach direkt den zweiten band lesen kann ich würde euch jetzt aber den klappentext von dem her vorlesen weil spoiler spoiler im klappentext von man zwei schon etwas erwähnt wird was hier passiert und ich möchte euch nicht zu viel verraten die 18 jährige charlotte stuart tut alles dafür ihre gabe geheim zu halten denn sie weiß wenn ihre fähigkeiten in die falschen hände geraten könnte das den untergang der welt bedeuten doch dann macht plötzlich jemand jagd auf charlotte und sie muss aus london verschwinden auf ihrer flucht läuft sie ausgerechnet der organisation in die arme vor der sie sich jahrelang versteckt hat den knights of the round table die nachfahren der ritter der tafelrunde verfügen selbst über besondere gaben und charlotte misstraut ihnen zutiefst dennoch bleibt ihr keine andere wahl als sich mit den knights zu verbünden allen voran mit noel mayfield einem lancelot erben der in ihr unerwartete gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches schicksal verbindet ich liebe ja die ritter der tafelrunde deshalb wunderschön hüpfen wir jetzt in die richtige jugend jugend buchsparte zimt auf den ersten sprung verliebt von dagmar bach ist der erste band der zweiten staffel der reihe wurde mir gesagt ich habe mich ein bisschen informiert ja ich habe den die erste staffel nicht gelesen aber man kann unabhängig davon mit dieser staffel auch starten so wie ich das tun werde ich bin sehr gespannt weil ich schon sehr sehr viel positives über die reihe gelesen habe und gehört habe und ich auch irgendwie noch mal lust auf so was richtig kitschig jugend 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 teenager love book habe ihr wisst was ich meine meine vertauschten welten in meinem leben ist die hölle los nicht nur habe ich herrn wampi alias der fieseste lehrer aller zeiten am hals sondern seit kurzem ist es wieder passiert ich springe in eine andere welt und tausche mit meinen anderen ich die rollen das findet ihr cool na dann habt ihr mit meinem freund konstantin etwas gemeinsam aber dass sich unsere parallelversionen ständig beim küssen erwischen lassen peinlicher geht es ja wohl nicht mehr doch all das wird unwichtig als jemand uns in der anderen welt eine fiese falle stellt denn jetzt wird es für konstantin und mich gefährlich und zwar nicht nur für unsere liebe glaubt mir ich habe keine ahnung wie ich das zwischen den welten wieder hinlegen soll wo ich nicht einmal genau weiß was gerade mit uns geschieht das ist auch so richtig schön kindlich geschrieben also ich habe da richtig bock drauf so was richtig schnulzig kitschig kindisches zu lesen das vorletzte buch das hier einziehen durfte ist grown and bones die chest of fandom edition natürlich wer mich kennt weiß dass ich spann 1 und 2 schon in dieser edition habe und deshalb hat mein monk gesagt auch wenn ich chest of fandom ist nicht unbedingt ständig geld in den rachen werfen möchte weil ich da so enttäuscht war aber ich musste dieses buch trotzdem kaufen und ich werde das vierte vermutlich auch in dieser edition kaufen müssen ja ich habe band 2 noch nicht mal gelesen und ich habe auch sehr angst es zu lesen weil der buchrücken sehr 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 dünn ist und ich angst habe bei einem 800 seiten buch dass der rücken am schluss aussieht wie huf ja vielleicht werde ich mir einfach wieder das hörbuch und damit ich das buch nicht man in dieser form lesen muss ich weiß don't say it ich weiß es ich kann euch jetzt natürlich auch nicht den klappentext vorlesen wie ich es gerade tun wollte aber ich könnte jetzt euch den klappentext von man 1 vorlesen aber ich sage euch einfach um was es geht falls ihr es noch nicht wisst es geht um poppy poppy ist die auserwählte und darf wieder kontakt zu anderen menschen haben sie darf nicht berührt werden sie darf niemand darf wissen wie sie aussieht also sie läuft immer verschleiert durch den palast sie darf auch gar nicht groß raus und ja dann stirbt einer ihrer leibwächter sie hat zwei an der zahl mit dem einen älteren ist sie schon seit jahren wirklich befreundet und dann stirbt der andere und sie kriegt einen neuen leibwächter zur seite gestellt der da quasi hawk heißt ja und poppy ist halt so ein kleiner rebell und fragt sich halt warum niemand sie sehen darf warum niemand sie berühren darf und schleicht sich halt nachts auch ständig aus dem schloss und trifft dort bevor er überhaupt ihr leibwächter wird schon auf hawk und ja da sind gefühle im spiel und sie möchte ihn berühren und sie möchte einfach ein normales mädchen sein ja das ist so grob die geschichte alles weitere würde zu sehr spoilern aber es ist für mich ein jahres highlight 2021 gewesen also blam nash den ersten teil der geschichte die meinung ist gespalten die einen lieben die geschichte die anderen hassen die geschichte also ja so ein zwischending gibt es irgendwie nicht da müsst ihr euch einfach selbst eine meinung machen ich kann nur sagen ich habe die geschichte geliebt auch wenn poppy sehr oft innere monologe führt und also ja nein ja nein ja nein mäßig unterwegs ist aber die geschichte ist einfach schön und ich freue mich auch schon drauf jetzt band 2 und 3 endlich zu lesen last but not least das letzte buch das diesen monat hier einziehen durfte ich muss das gerade hier von der couch nehmen weil ich es nämlich gerade am lesen bin des stories rewrite von olivia date hier wird immer nur gesagt hollywood clamor trifft auf body positivity und so ist es auch ich erzähle euch was um was es geht indem ich euch die klappentext vorlese und da verrate ich auch nicht zu viel wenn ich sage dass dieses statement stimmt das wird nämlich im klappentext auch sehr klar charmant eitel und einfach gestrickt so kennt die öffentlichkeit marcus casta rubb den star der weltweiten hitserie gods of the gates niemand ahnt dass er privat mit seiner legasthenie kämpft und der tatsache dass er die entwicklung der serie hasst seinen frust schreibt er sich anonym auf einem fanfiction forum von der seele doch sollte das irgendjemand herausfinden ist er in hollywood erledigt april wittier ist ein hardcore gods of the gates fan schreibt fanfiction und kreiert eigene kostüme zu der show bisher hat sie das nie jemandem erzählt aber sie will sich nicht mehr verstecken und so postet sie ein foto von sich in einem kostüm auf twitter nur leider lassen die trolle nicht lange auf sich warten und es hakelt bösartige kommentare wegen aprils plus size figur doch dann geschieht das unglaubliche marcus casta rubb schaltet sich ein verteidigt sie und lädt sie auf ein date ein der marcus casta rubb und ihr date hat ungeahnte folgen ja das ist das letzte buch das in diesen monat hier einziehen durfte und jetzt dürft ihr mir verraten wie viele bücher durften bei euch im mai einziehen wie viel davon habt ihr schon gelesen was war ein highlight was war ein flop talk to me in se kommentare ich verabschiede mich jetzt von euch ich gehe jetzt mal meine kleine aus dem bett werfen und dann schauen wir mal was der tag noch bringt ich wünsche euch was tschüss tschüss